In der Sphäre gelassen, Nomad! Kämpfen Sie gefälligst! Nome, wir holen Sie da alle raus! Versuchen Sie, die Evakuierungsstation zu erreichen! Ach du Scheiße, ich muss hier weg! Ja, ja, ich bin weg! Ach du, okay, 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 ich will hier weg! Bis ich dann viel kaputt habe, ist Weihnachten! Alter, das ist der große Papa! Ich bin weg! Oh, fuck! Komm, wir müssen uns beeilen, wir haben schon... Oh, nee! Ja, ich muss sie hier platt kriegen! So, weg, 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 weg! Nein! Da fliegt das Scheißding in die Luft! Ja, 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 ich bin schon weg! Halten Sie sie auf, wir verschwinden! Ich bin schon weg! Da kommt wieder der Papa! Oh, der ist wirklich sauer! Scheiße, was ist das für ein Ding? Stellung halten! Ach, das ist, glaube ich, das... Was bin ich denn so langsam? Wir müssen die Daten ihres Anzugs zu verlieren! Schön gebraucht zu werden, Major! Ja! Der VVA hat das Tal bereits evakuiert, bis auf ein paar Artillerie-Geschütze! Unsere Jungs haben sie übernommen, also greifen Sie sie nicht an! Was zur Hölle! Bevor das Ding in die Luft fliegt... Nicht! Aua! Weiter feuern! Lass den Mistkerl nicht näher ran! So, jetzt erstmal weg! Wir müssen hier weg! Ne, ich laufe schon! Mach Platz hier für den Mucke! Ich habe Angst! Ja, okay! Ich renne ja schon! Boah, Alter! Ich werde hier zusammengefaltet! Ich renne! Okay, die KVA soll ich komplett in Ruhe lassen! Machen wir das auch mal! Wenn das überhaupt die KVA ist! Ne, da hat doch hier Flugabwehr! Redest du mit mir? Beteilen Sie den Evakuierungspunkt! Ja! Na, toll! Alter, das hört sich an! Scheiße! Das liegt hier! Alter, das liegt! Vorwärts, los! Oh, toll! Ich bin schon wieder tot! Alter, was ist das denn? Weißt du was? Weißt du was? Okay. So, der erste ist weg! So, der nächste ist weg! So, der nächste ist weg! Oh, fuck, 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 fuck! So, der nächste ist weg! Oh, shit, zurück, zurück! Nimm das, du verlamter Mist! Ihr Wunscher 14, lehre mich dem Exvaterationspunkt! Hier ist immer noch zu viel los, um zu lang! Oh, fuck! Okay, dann, die große Papa müssen wir alle machen! Leute, wir rücken ab! Wir schaffen alle von der Insel und formieren uns neu! Oh, Gott! Ey, hör auf, die Autos zu schleudern, du Penner! Gibt's hier irgendwo... Gibt's hier... Gibt's hier Raketenwerfer? Ich will auch! Ah, wir haben einen! Okay! Oh, fuck, fuck, fuck! So, komm her! Ja, ha, 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 ha! Der lebt ja immer noch! Okay, nächsten! Komm her! Ich so... Okay, ich hau ab! Ich bin weg! Ich komme, ich komme, ich komme! Okay, ich soll abhauen! Okay, ich hau ab! Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin! Ja, 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 ja! Oh, fuck, fuck, fuck! Ja, jetzt steig ein! Guck nicht so blöd! Ja, dann lauf mal! Ey, Jungs, jetzt haut ab, Mensch! Ich denke, wir schaffen es! Festhalten! Leute! Könnt ihr jetzt mal abheben? Oho! Leck die Ziege, Alter! Macht mal ab, Papa! Oh, ich will nur noch hier weg! So, haben wir Feierabend! Sind wir durch? Ende? Vorbei? Ich... Das war nur ein Traum! Ich wache auf! Nein! Natürlich nicht! Leck mich am Arsch! Oh, Mann! Halten Sie sich fest, meine Herren! Die Vorhersage? Scheiß Sturm! Im Tal vor uns wimmelt es von fliegenden Feinden und so ein Wetter habe ich auch noch nie erlebt! Oh, oh! Toll! Hi! Ich bin super, wa? Ja! Ja! Wie jetzt? Nein, 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 nein! Ich... Zieh'n Sie sich hoch! Bist du! Jetzt soll ich das Ding auch noch... Ich hab' die Maschine unter Kontrolle, aber ich bin kein Pilot! Was soll ich machen? Ihr Sekundärtriebwerk ist ausgefallen! Behalten Sie eine niedrige Flugbahnweis, sonst überlassen Sie das Haupttriebwerk! Wir fliegen Truppen auf die USS Constitution aus! Sehen Sie unsere Maschinen vor Ihnen! Roger! Drücken Sie ihn! Sie eskortieren Sie durch das Tal! Die Warten Sie bei uns, Normand, hinten in einem Lager auf 12 Uhr werden bei uns angegriffen! Wir holen Sie da raus! Ihr habt doch einen Schaden! Ich soll jetzt im Flugzeug fliegen? Ich kann schon kein Panzer fahren! Alter, ihr habt doch... Ihr habt doch echt einen Schaden! Ich weiß! Ihr seid mehr... Ihr seid mehr ein Paar! Boah! Dem hab' ich's aber ge... Ey! Moment! Hinter uns ist einer! Ja? Nein, ich schnitz' gerade ab! Ich muss erst mal durch... Alter, ich muss erst mal durch die Bäume raus! Ich sag doch, ich kann das nicht! Ich häng' fest! Oh, wir haben's geschafft! Nicht! Ich glaub' wir sind doch gegen irgendwas gefahren... Geflogen! Okay! So! Jetzt nochmal auf Deutsch! Oh, fuck! Ich soll hier fliegen! Okay, wir sind jetzt runden! Nomad, geben Sie uns zur Ange Deckung! Ich sag' das kann was... Ich kann nicht fliegen! Wir stürzen wieder ab! Fuck! Leute, ihr habt so'n Knall! Ihr habt'n Bucke hier sitzen, der kann nix! Nomad, halten Sie uns den Rücken frei, während wir unsere Jungs an Bord nehmen! Roger! Bandits im Anflug! Nomad, Sie haben Feuererlaubnis! Okay, wir sind jetzt runden! Nomad, geben Sie uns zur Ange Deckung! Gute Arbeit Nomad, Sie sind ein Naturtalent! Die Luft ist rein! An alle Einheiten! Der Luftraum ist frei! Startvorgang fortsetzen! Nomad, bleiben Sie uns zur Maschine! Lieber gut, Nomad! Ein Wagen in Stahle aufwärts! Flüssiger links für Transaktionsproben! Alles klar, Nomad! Folgen Sie uns! Zentrale, wir sind startbereit! Sichern Sie den Luftraum, Nomad! Unsere Maschinen müssen jetzt abheben! Over! Lieber! Festhalten, gleich wird's ein bisschen stürmisch! Die Sphäre wird größer, Exile Nomad! Leiden Sie von dem Eis weg! Was für ein Eis? Immerhin ist das Spiel... Rollen? Oh, fuck! Na toll! Was ist denn jetzt passiert? Ernsthaft? Ich soll jetzt da hinfliegen? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ich komme, Mensch! Ach, halt doch die Fresse! Brandgeschoss in der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen! Können Sie einen Vogel schicken, um das Zeug abzuholen? Roger 20, 1865, nehmen Sie das Zeug an Bord! Nomad, Sie sichern Sie ab! Roger 10, Carlin! Was soll ich denn noch alles machen? Sag mal, was spielt ihr? Oh, fuck, ich stütze da ab, Kander! Oh, fuck! Ich bin mal wieder gegen den Berg geknallt! Oh, ich bin mal wieder gegen den Berg geknallt! Oh, fuck die Hände! ...eine Ladung Brandgeschoss in der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen! Können Sie einen Vogel schicken, um das Zeug abzuholen? Also, so steuert kriege ich hin, aber sobald Gegner kommen, ist vorbei! Okay! Okay! Okay, das haben wir! So, der ist auch weg! Oh, fuck, wo kommt ihr denn alle her? Kann ich nicht aussteigen? Kann ich nicht aussteigen? Oh, nein, Sie sich Nomad! Sichern Sie den verdammten Luftraum! Ach, halt die Fresse! Wir haben hier eine Ladung Brandgeschoss in der KVA für die Constitution. Aber wir sind überladen! Können Sie Ihren Vogel schicken, um das Zeug abzuholen? Roger 2-0! 1-8-6-5! Nehmen Sie das Zeug an Bord! Nomad, Sie sichern Sie ab! Roger 10-Karle! Nomad, geben Sie uns Deko! Ja, ich soll euch wieder Deko geben! Alter! Ich stürze schon wieder ab! Der Mucke stürzt ab! Das ist echt nicht meins! Das ist echt nicht meins! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich hab ne Rakete verballert! Ich hab ne Rakete verballert! So, den haben wir auch! Okay! Roger 2-0! Hier ist ein Nomad! Die Luft ist rein! Roger Nomad, setzen Startvorgang fort! Okay, wir sind in der Luft! Danke für die Hilfe Nomad! Fliegen wir die Vögel zum Träger zurück! Okay, ich... Oh, nein! Scheiße! Oh, das war so gut! Die sind endlich weggef... Oh, Gott! Oh, Gott! Ah! Roger 2-0! 1-8-6-5! Nehmen Sie das Zeug an Bord! Nomad, Sie sichern Sie ab! Roger Centale! Nomad, geben Sie uns Deko! Das lief so gut! Das lief jetzt echt so gut! Und dann verkack ich so! So, der erste, den haben wir! Oh, ihr seid mir echt zu viele! Oh, ihr seid mir echt zu viele! Oh, Mann! Alter! Beeilen Sie sich, Nomad! Sichern Sie den verdammten Luftraum! Ja, das versuche ich denn hier! So, wir haben hier eine Ladung Brandgeschosse der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen! Können Sie ein Vogelschick...